Die IHK bietet nebst der eigentlichen Aufgaben auch Netzwerkplattformen. Und Tüftauer ist eine ganz ideale Netzwerkplattform. Man trefft sich unter den Eichgesinnten. Man hat ein gemeinsames Hobby. Und man spricht auch mal über etwas anderes, als gerade Wirtschaft. Das heisst nicht, dass man nicht über Wirtschaft reden kann. Aber man hört auch bei sogenannten Benzinsprächen. Und man lernt sich von ganz anderen Level kennen. Und da finde ich ganz tolle Sachen. Wir fahren über die Schweigalp ins Dogenburg. Und dann über die Aksmenig ins Zürcher Oberland. Wir gehen dann um den Bachtel herum. Und gehen ins Fahrzeugmuseum in Beretswil. Das ist etwas Neues. Ein Novum, dass wir auch mal Zeit haben, um uns austauschen. Und nicht immer den ganzen Tag auf dem Töff und unter dem Helm sind. Wir werden auch dort in Beretswil das Mittagessen. Und gehen nachher über ein paar Übergänge zwischen Töstal und Doppelburg. Sprich, Ulf Degg, Sternenberg, Seitzberg. Und dann über das Tanzapfenland und das Fürchtenland mit dem Zürcher. Noch sehen. Töff fahren ist mein absolutes Hobby. Und darum bin ich auch seit der ersten Tour dabei. Jedes Jahr. Man kann sich hier mal treffen unter anderen Bedingungen. Mit dem Töff, alles ist ein bisschen lockerer. Es gibt noch eine Besichtigung, man kann networken. Das ist eigentlich das Wichtigste am heutigen Tag. Wie es einfach ganz lässig ist, mal auszubrechen aus dem Alltag, aus dem Geschäft zu leben. Und dementsprechend mit wirklich ein paar coolen Typen unterwegs zu sein. Mit den Töffs übers Land krusen. Und dann auch mal den Alltagsstress vergessen. Es ist also wunderbar und ich freue mich jetzt schon. Danke. 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 Danke.